UNTERTITELUNG Was willst du? Frau Axe, geh weiter. They wanted to kill me. Sie haben einen Halter umgebracht. Komm zu! Das war Notwehr. John hat das Mord. Entweder sie nehmen und im Spieltag oder sie gehen ins Gefängnis. Du und die anderen Runner, ihr werdet von uns ungefähr 30 Kilometer vor Berlin abgesetzt. Do you know what's gonna happen next? They will be waiting for us outside. If we all stay together, we can make this. Von dort müsst ihr euren Weg zum Fernsehturm am Alexanderplatz finden. Dich wissen wir! Falls du deine Aufgabe lebend beendest, wirst du freigelassen und erhältst für Deutschland eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. It's gonna be alright, okay? Die Halter sind die, die uns beschützen. Sind doch ein guter Team, oder? Gehen wir zusammen. Ja, das muss ein Weg gehen. Du bist nicht alleine dieses Lassen, bitte! ich ge fizer Sie, oder? Bitte! Nein! Danke! Nein! 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 Untertitelung des ZDF, 2020